Es gibt ja die Floskel, man soll nicht auf die Tabelle schauen. Das trifft bei mir jetzt persönlich nicht zu. Ich schaue oft genug drauf. Ich schaue natürlich auch, was die anderen machen. In der Winterpause sah es ja wahrlich nicht gut aus mit sechs Punkten. Jetzt haben wir eine Situation geschaffen, wo man wieder hoffen darf. Deswegen sehe ich das auch nicht alles so schwarz. Ich bin zuversichtlich, dass wir da jetzt noch ein paar Siege holen können. Und dann werden wir am Ende schauen, was dabei rumkommt. Insgesamt finde ich guten Mutes.